So, meine lieben Freunde, Handy muss weg, Kippe raue ich nur auf. Neue Runde, Dead by Daylight, ich bin der Killergeist, weil ich brauche noch 5 Minuten Verfolgungsjagd. Hoch. Klar, im Moment hier, das ist ja unschön, wenn man mal daneben geascht hat. Gott sei Dank ist das ein extra Podest. Ja, 5 Minuten muss ich noch jagen, es dauert halt immer so lange, deswegen habe ich mir eine Kippe angesteckt. Ich möchte eigentlich mehr und mehr darauf verzichten, vor der Kärm zu rauchen, weil... Scheiß Vorbild. Aber ich habe noch Zigaretten ohne, ohne hässlichen Bild drauf. Demnach schmeckt es mir noch. Aber ich habe ja auch die Dampfe. Ne, also ich könnte noch alternativ wieder dampfen, aber zwischendurch raue ich halt immer noch gerne eine Zigarette. Die Dampfe ist immer so, ja mal ganz gerne, sonst auch nicht. Wir beenden das jetzt hier. Mir macht es viel mehr Spaß, die Leute so richtig hardcore zu fisten, als selber Survivor gerade zu sein. Aber ich wette, das geht vielen Leuten so. So. Wir gehen mal wieder die Ecken ab, weil die Ecken mir am meisten zusagen, wenn ich selber Survivor bin. Ich glaube nicht, dass sie so nah hier schon am Tor spawnen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ein Problem, was ich auch habe, wenn ich 1080p aufnehme, kriege ich nur 46 FPS, sehe ich gerade. Wird noch keiner gearbeitet? Alter, sind die schnell. Ich verlasse gleich mal meinen Geisterzustand. Ne, die waren hier hinter. Verdammte Scheiße. Hä, wo haben die denn das Teil angemacht? Hier arbeitet keiner. Wo ist die? So, du Spacko. Du bist also mein erstes Opfer. Hoffe ich. Der jumpt in einer Tour. Da habe ich dich schon verletzt, du Spacko. Da ist er nicht. Ach, Mist. Ist er rausgehüpft oder wo ist er hin? Ah, ne, das ist runter. Hier ist keiner. Hm, ärgerlich. Da ist er. Okay, der liegt. Wiggle, wiggle, wiggle. Okay, wo sind die ganz... Oh. Habe ich keinen hier in meiner Nähe? Dann bringe ich dich runter. Oh. Der haut ab. Schon wieder, du. Jetzt hörte sich fast so an, als ob einer hier hinter sei. Nochmal haust du mir jetzt nicht ab. Bin jetzt noch näher dran. Diesmal müsste es bis zum... Oh, sind die schnell. Oh. Oh. Ich lasse ihn mal da unten hängen. Und verpiss mich. Alter, er ist entkommen. Er ist entkommen. Oh, die... Die machen mich jetzt gerade aber lang hier. So, Digga, das war's jetzt aber echt. Du hast schon einmal am Haken gehangen. Jetzt ist Ende für dich. Ende Gelände. So. Okay, der ist echt im Arsch. Der läuft schon. Okay. Oh, bitte. Oh, bitte. Das andere ist viel zu weit weg. Dann scheiß auf den einen, der da hinten ist. Aber hier gibt's schon rote Signale. Das heißt, die sind hier hingelaufen. Okay. So eine Scheiße. Ach, das hab ich echt versemmelt, ey. Na, jetzt versucht doch da auch einer zu flüchten, oder? Das hab ich versemmelt. Ja. Na, toll. Hab ich das ruiniert, ey. Komm, der letzte muss nur noch rauslaufen. Oh. So eine Scheiße. Hm. Da könnte ich ja wieder kotzen. Okay. Ich muss den Weg abschneiden. Aber das werde ich eh nicht mehr schaffen. Jetzt hat sie nochmal Punkte geholt. Na los, kommt nochmal raus. Okay. Okay. Du kleiner Scheiße. Na, was willst du? Der will mir einblasen. Naja, vielleicht kriegst du noch ein paar Minuten auf meine Liste. Spacko. Kleiner Triumph, weil ich nur einen geholt habe. Ach, so ein Penner. Mal gucken, ob ich das Target-Ziel erreicht habe. Dann wird mir wieder einer weggenommen. Zwei muss man mindestens haben, wa? Sechs Minuten. Oh, ich kotze ab. Da habt ihr mal gesehen. So läuft es nicht, meine lieben Kinder. Aber ich hab 40.000 Punkte schon. Das ist schon ganz geil. Wir machen aber trotzdem erstmal hier Verlasse. Und ich mach noch eine Lobby auf. Und das gibt noch mal Geist. Kann doch nicht wahr sein, oder?